Moin Leute, hier ist der Waylogs und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Color High and Sea Grooblogs. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich sehr gerne über einen Daumen hoch freuen, wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, ich würde sagen, let's go! So Leute, und da sind wir schon. Ähm, wir müssen jetzt als erstes einmal eine Map aussuchen. Ich würde sagen, wir gehen Classic. Nee, wurde für Stairs ausgesucht. Und jetzt wird der Sucher ausgewählt. Boah, ich hoffe, ich bin's nicht, weil ich will mich erstmal verstecken. Ich will erstmal gucken, wie das überhaupt hier funktioniert. Und wer ist es? Sisi Queen, okay, alles klar. Ähm, und ja, da fängt schon an, wir müssen uns jetzt auf, äh, auf irgendeinen roten Block stehen, damit wir so gesagt unsichtbar werden. Okay. Oder? Nee, jetzt auf blau, schnell! Oh Gott! Okay, die Farbe ändert sich jede, ähm, jede paar Sekunden. Das heißt, wir müssen aufpassen, denn wenn wir nicht auf der Farbe sind, die hier oben angezeigt ist, dann sind wir sichtbar. Okay, grün! Okay, hier. Okay, wo ist der Sucher? Der Sucher ist da unten. Ja, er ist weit weg. Das würden wir eigentlich schaffen. Easy. Okay, äh, zwei, eins, und welche Farbe jetzt? Weiß, weiß, hier ist weiß. Super. Ich frag mich, ähm, hallo. Ich frag mich, äh, sind wir denn auch, ähm, was war das? Jemand hat gepfiffen, okay. Ähm, auch schwarz, oh Gott, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ah, ähm, ob wir, ähm, ob man uns auch töten kann, solange wir unsichtbar sind, so gesagt. Okay, was ist eigentlich das hier? Aha, eine Bombe abwerfen, alles klar, ich hab kein Geld dafür. Äh, Geld, 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 Geld. Let's go. Wo ist der Sucher? Der, der Sucher ist hier hinten. Ich weiß nicht, hat sie schon einen gefunden? Hm, weiß ich nicht, kann ich nicht sehen. Okay, die Typ ist, die chillen da unten, schwarz. Ja, ich bin hier Gott sei Dank in der Nähe. Die chillen da unten, aber kann man da nach unten? So, ja, kann man. Wollen wir nach unten gehen? Weil, no risk, no fun. Ich geh auch mal nach unten. So ein bisschen hier unten chillen. Weiß, äh, hier ist weiß. Okay. Sollte, glaub ich, passen. Okay, nächste Farbe, welche ist es? Schwarz, hier schwarz. Oh, es nervt, diese, diese Wand hier nervt. Sie, seh ich die manchmal. Okay, der Sucher ist, äh, okay, er ist weg. Andi, da ist er. Er chillt, er kann niemanden finden. Oder besser gesagt, sie, das ist ja eine sie. Okay, währenddessen, wir sind bei Rot. Rot ist ja Gott sei Dank auch hier in der Nähe. Ich frag mich, wir haben noch, äh, 100 Münzen. Wir können hier einmal aufspielen und pfeifen. Äh, einen Moment, weiß, hier. Wollen wir mal pfeifen? Weil, ich hab das Gefühl, das wird sonst zu langweilig. Machen wir das mal. Aha. Okay, der Sucher kommt. Okay, gelb, 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 gelb. Wo ist gelb? Hier ist gelb. Super. Oh, hier, guck mal, Deutschland. Haha. Okay, ich hab das Gefühl, pfeifen hat original nichts gebracht, weil der Seeker, sagen wir so, ist immer noch, äh, ist immer noch, äh, ist immer noch hier drin, so gesagt. Äh, ich will kurz zeigen. Hier, genau. Da läuft sie. Guck mal, sie kann niemanden finden. Oh, grün. Ah, ich bin ja bei grün. Alles gut. Okay, aha, wobei. Wobei, jetzt. Warte, welche Farbe, welche Farbe? Achso, wir haben gewonnen. Ja, geil. Oha, so viele hat sie gefunden. Okay, krass, da hätte ich nicht gedacht. Ja, leider sind wir nicht auf dem Siegerpodest, aber ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache, wir haben gewonnen. Äh, fünf Sekunden, dann startet die nächste Runde. Jetzt will ich suchen. Jetzt will ich mal, oh, nee, erstmal, ähm, Pyramide hört sich ganz geil an. Wir nehmen mal die Pyramide. So, jetzt will ich suchen. Oha, tschü, 23 Prozent. Ich hoffe, ich bin's. Ja. Miau ist, äh, Seeker. Okay, kein Problem. Okay, wir verstecken uns, ähm, ich würde sagen, wir gehen nicht nach ganz oben, sondern wir verstecken uns hier. Ja. Jetzt ist gut. It ist freigegeben. Alles klar, der Seeker ist jetzt frei, aber, ah, nee, ich wollte gerade sagen, sie ist AFK, weil sie stand nur rum. Ich frage mich auch, was das hier für Türen sind. Weil, ich kann da, glaube ich, nicht rein, schätze ich. Grün, 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 grün. Hier ist Grün. Kann ich jetzt vielleicht keinen, weil ich, nee. Ah, nee. Nee, ich muss dafür Geld zahlen. Weil ich keinen muss. So will sie jetzt auch mal machen. Schreibt irgendwas. Sie schreibt auf Ostisch, dass sie nicht töten will. Warum nicht? Hallo. Du musst. Das ist ein Spiel. Sie ist ganz nah, sie ist ganz nah. Oh, ey, ey. Sie wird mich gleich sehen. Oh, ey, ey. Blau. Ah, was soll sie jetzt machen? Was soll sie jetzt machen? Ja, guck mal, wie sie jetzt wartet, Digga. Oh, Gott, warte. Was will ich, ähm. Ja, nee, geh mal weg. Hallo. Oh, mein Gott. Bitte weiß. Oh. Ja, was soll sie jetzt machen, ne? Guck mal, ich bin. Hier bin ich. Scheiße, ich glaube, sie hat es gesehen. Oder? Geh mal hier hin. Okay, rot, 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 rot. Oh, oh, oh. Boah. Oh, mein Gott, warte. Wie trinkst du sie aus? Oder? Nee, sie geht weg. Oh, okay. Boah, das war knapp gerade. Ich dachte, jetzt hätte sie mich gleich. Äh, schwarz, schwarz. Hier, schwarz. Super. Okay, hat sie irgendwas noch geschrieben? Aha, aha, okay. Hier labern jetzt Leute einfach auf Russisch. Ist okay, ich lass sie einfach. Äh, rot, hier ist rot. Oi, oi, oi. Oh, das wird gefährlich für jemanden. Für mich aber auch, denn jetzt chillt sie hier vorne. Geh weg, geh weg. Ja, genau, genau, geh weg. Geh weg, nein. Soll es weggehen? Hallo? Oi. Ja, ich wurde gefangen. Können wir spawnen? Nee. Pufferbox und das. Genauso. Ah, schade. Okay, nächste Runde in sieben Minuten. Ich will, ich will suchen. Ich will gucken, wie es ist. Sie hat auch, by the way, gewonnen anscheinend. Äh, Herz? Nee, nicht Herz. Wobei, alle nehmen Herz. Vielleicht ist Herz auch geil. Hauptsache ich suche. Denn ich hab mal Lust zu suchen. Ich will gucken, wie es so ist. Okay, okay, die hat 10%. Hm, weiß ich jetzt nicht. Und TickCat, äh, 36 ist es. Alles klar. Ich würde sagen, wir gehen wieder nach hier hinten ungefähr. Ja, ich würde sagen, hier passt, oder? Hier kann ich auch falls fast überall weglaufen. Herz. Oh, hier ist so ein Herzchen. Passiert was, wenn ich da reingehe? Also, weil alle irgendwie chillen da drinnen. Äh, hallo? Jetzt hat das Spiel verlassen. Okay, wir haben gewonnen. Das war eine schnelle Runde. Also, ich bekomme auch beide jetzt mal Münzen, wenn wir gewinnen. Das heißt, wir können dann wieder entweder pfeifen oder das andere machen. Ich weiß nicht was, das war aufspielen, glaube ich. Ich glaube, das ist dann für den Seeker ein bisschen einfacher. Das ist dann so, dass man einen sieht. Äh, was nehmen wir wieder? Nehmen wir wieder Pyramide? Die Leute feiern die Pyramide. Okay, dann nehmen wir auch die Pyramide. So. Ich würde sagen, unser Ziel ist, einmal auf diesem Seeker-Podest hier zu sein. Wir haben auch 11% Wahrscheinlichkeit, als Suche zu werden. Aber ich zweifle es erst, dass das was wird. Wobei, ich hoffe. Hm, ne. Hier ist es. Schade. Okay. Meinetwegen. Wir gehen wieder nach hier hinten. Hier ist gut. Hier chillen auch die meisten. Wobei, ob das dann zu gut ist? Weil, dann weiß sie ja, wo die Mehrheit ist. Ah, gelb. Hier. Perfekt. Wo ist der Seeker? Der Seeker macht wieder wachsen. Sie chillt einfach da oben. Okay. Das war knapp. Okay, okay. Welche Farbe? Welche Farbe? Grün. Grün ist hier. Grün. Ich hoffe, sie hat mich nicht gesehen. Ah, okay. Doch, jetzt verstehe ich, warum sie da oben ist. Das ist smart. Weil dann kann sie von oben sehen, wer wo ist. Jemand hat gepfiffen. Wollen wir auch mal? Ne, warte. Warte, erst mal auf die Farbe. Hier. Wollen wir auch mal pfeifen? Kurz dem Seeker ein bisschen helfen. Wir haben hier auch 670 Münzen, also sollte er, glaube ich, passen. Wir pfeifen mal. Und, was macht sie? Sie chillt einfach. Ist dir egal. Okay. Dann nicht. Oh, sie hat gerade einen getötet. Okay, okay. Was hat jemand denn gefunden? Ich hoffe, sie findet mich nicht. Wir müssen noch 2 Minuten überleben. Okay, welche Farbe? Gelb. Gelb ist hier. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, geh mal weg, geh mal weg. Ja, genau. Geh weg. Guck mal, was wir machen. Wir laufen ein bisschen weg von hier. Und ein paar Blöcke. Ups. Ah, blau. Von mir hat jemand was geschrieben. Kannst nicht lesen. Ich spiele Heidens Sieg. So, jetzt. 4 Sekunden noch. Sie chillt hier unten. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist sie runtergefallen. Ja, sie ist gestorben. Sie hat das Spiel verlassen. Okay. Super, wir haben wieder gewonnen. Und 140 Münzen bekommen. Geil. Da sind wir. Da sind wir. Ey. Guck mal, wie ich tanze, Digga. Guck mal, meine Moves, Junge. Geistes krank. Geil. Okay, Ziel für heute schon mal erreicht. Ähm. Ich würde sagen, ich war, ich spiele noch ein bisschen. Ich will nämlich als Sucher ein bisschen spielen. Das heißt, hoffentlich werde ich jetzt als Sucher ausgewählt. Das wäre wirklich perfekt. 12 Prozent. Hm, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber wäre geil. Ich will nämlich einmal suchen. Einmal noch, bevor ich die Folge beende, will ich suchen. Ach, David Slowmore 28 ist es. Jo, was ist das für eine geile Map, Digga. Okay, schwarz. Äh, hier ist viel schwarz. Hier sollte, glaube ich, passen. Oh, diese Map wird schwierig für den Sucher. Für S wird schwierig. Okay, weiß. Okay, wollen wir mal, ähm, naja, okay, nicht jetzt. Er hat einen gefunden. Ich wollte gerade sagen, wollen wir aufspielen. Aber da er gerade so nah an mir ist. Äh, gelb, 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 gelb. Oh. Nee, 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 Bruder. Geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Versteck mich ein bisschen. Ich gebe es ihm ein bisschen weg. Wo ist er? Er chillt jetzt hier bei mir. Naja, grün, 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 grün. Oh. Okay. Oh, das war knapp. Wollen wir jetzt aufspielen? Wollen wir ein bisschen riskant spielen? Was ist denn das? Ah, ich habe hier so einen Kopf fallen lassen. Ja, okay, aber... Irgend dem Sucher ja wenig, weil... Ich bin ja jetzt weg. Ich dachte, das wäre so, dass man dann sichtbar ist. Aber nee, anscheinend nicht. Ja, jetzt bin ich da weg, ne? Okay, nächste Farbe. Welche ist es? Gelb, gelb, gelb. Oh mein Gott, war das gerade knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Nee, geh mal weg. Geh mal weg, geh mal weg. Ja, genau. Nee, nee, nee. Geh weg. Okay, welche Farbe, welche Farbe? Blau, 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 blau. Oh, okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, jetzt können wir dem Sucher ein bisschen helfen und können so einen Kopf kaufen. Und sogar pfeifen, weil warum nicht? Ich bin jetzt eh weg. Ah, nee. Guck mal, wie er jetzt hier chillt, weil er weiß, dass hier einer ist. Dass hier, äh, 59H hier ist. Ah, wobei, er geht jetzt weg. Blau, 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 wo ist blau, wo ist blau? Hier ist blau. Okay. David, schön ein bisschen. Schreiben die was? Nee. Okay, nächste Farbe. Weiß. Oh Gott. Nee, Bruder, geh mal weg, Digga. Ah, geh weg. Geh weg. Oh, nein, scheiße, das war dumm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh blau. Ja, ich bin versteckt, was willst du machen? Nee, geh mal weg, Budi. Geh mal weg. Ich versteck mich mal hier unten. So, schwarz, schwarz, ist das schwarz? Oh, das war knapp, Digga. Ey, David ist echt krass unterwegs, Digga. Er hat auch schon richtig viele getötet. Äh, wo ist grün? Wo ist grün? Hier ist grün. Okay, wo ist David? David schuldig hier oben. Kommt er zu mir? Nee. Tut er nicht. Ich helfe ihm mal wieder ein bisschen. Ich kaufe im Kopf. Okay, welche Farbe? Nee, wir haben gewonnen. Geil. Und 240 Münzen bekommen. Super. Oh, da sind wir Platz 2. Digga, geistenskrank. Okay, jetzt noch auf Platz 1 werden. Und dann wäre perfekt. Und einmal dann Sucher spielen. Das will ich auch. Okay, welche Farbe nehmen wir? Nehmen wir... Wir nehmen mal die Treppen. Weil die Treppen fand ich gut. Vor allem, wenn ich dann als Sucher gleich spiele. Ja, okay, Oktopus. Ja, nein. Oktopus war das Schwierige, ne? Okay, 18%. Bitte lass mich als, äh, als Dings spielen. Ähm, Seeker, genau. Bitte, das wäre so schön. Ja, ja. Oh mein Gott. Okay. Habt alle Angst vor mir. Ach ja, Digga, wie soll ich da jemanden finden, Digga? Guck mal, die wären richtig unsichtbar. Oh Gott. Aber ich hab was, ähm... Schneller Grüße. Aha. Aha, hallo. Nee, nee, schade. Okay, anscheinend, wenn die, ähm... Wenn die auf ihrer Farbe stehen... Oh, hallo. Ist tot. Okay, ich hab schon mal einen gefunden. Das heißt, ich spiel nicht umsonst. Aha. Hier ist jemand. Zack. David, du bist tot. Okay, ja. Guck mal, wie die alle hier chillen. Du bist auch tot. Und hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Wir warten ein bisschen. Wir warten, bis die Farbe ändert. Denn ich bin so ein richtiger... Ekelhafter. Ich warte, bis der rausgeht. Ja, hallo. Was willst du machen, ne? Wie? Was? Digga, wie? Er hat sich versteckt. Hallo? Geh weg. Digga, guck mal, wie er... Guck mal, was er macht. Ja, okay. Ich lass ihn in Ruhe, Digga. Okay, du hast gewonnen. Okay, okay, okay. Ich würd sagen, wir gehen wieder hier rein. Denn... Nicht alle... Digga, die sterben da alle, so. Ich verstehe, was die machen. Oh, hallo. Okay, ähm... Ich hab noch ein paar Funktionen. Scanner. Was ist das? Ah, nee. Das ist für Robux. Ja, guck mal, da... Die chillen alle hier unten. Ey, was soll ich da denn machen? Ich muss eigentlich einfach nur abwarten. Oder ich mach auch so smart. Und guck von oben einfach, wo die alle sind. Ja, hallo. Aber rot, also näher. Okay. Dann, dann. Wir warten kurz. Falls sollte sich die Farbe ändern. Na, na, na. Hier, da ist einer bei Blau. Hä? Hä? Wie? Warum sind die... Warum sind hier unten welche? Okay, aber ich habe gerade zwei getötet. Geil. Okay, okay, okay. Wie viele sind es noch? Ich seh's leider nicht. Ich kann's leider nicht sehen. Okay, also anscheinend... Schönen sie alle hier unten? Das heißt, ich lauf hier mal ein bisschen rum. Okay, hier hat einer was geschrieben. Danke, dass ich dich jetzt sehen kann. Ja. Ja. Derin. Danke, dass du mir so... Äh... Geholfen hast. Okay, hier ist auch einer. Farbe, schwarz haben die also gerade. Na, was soll ich jetzt machen, hä? Ja. Tschüss, tschüss. Ich habe nur noch zehn Sekunden. Ich habe das Gefühl, ich werde verlieren. Ich sehe keinen mehr. Wo sind die? Die schüllen alle hier unten, sage ich doch. Ja, komm her. Ja. Okay, nur noch zwei. Nur noch zwei, nur noch zwei. Ja. Die Verstecker haben gewonnen. Äh, aber ich habe... Äh, ich habe gefühlt alle gefunden. Es sind nur zwei Überlebende gewesen. Okay, wir spielen nur noch einmal. Ähm, wo spielen wir? Ich lasse die Leute mal entscheiden, wo wir spielen. Ja, die waren alle für Herz. Die waren alle bei Herz spielen. Ja, ich bin leider nicht Zika. Aber es ist okay. Wir haben einmal gespielt. Wir waren zweimal auf dem Zika-Podest. Ich finde, hat sich vollkommen gelohnt. So. Wir haben alles gemacht. Aber ich schülle mal mit den ganzen Leuten hier. Weil ich bin gefühlt immer irgendwo alleine unterwegs. Oder beziehungsweise nicht da, wo die Mehrheit ist. Von daher, ich chill mal hier mit euch. So, okay. Welche Farbe jetzt? Äh, blau. Wie? Was? Wie? Was ist passiert? Wo bin ich gestorben? Hä? Oh, der Zika war doch nicht mal in der Nähe. Oder? Oder war ich einfach nur blind? Und vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass das, äh, äh, dass das für heute auch schon reicht. Ich finde auch, denn wir haben einmal als Zika gespielt. Wir waren zweimal hier auf diesem Zika-Podest. Einmal als dritter Platz und einmal als zweiter. Erster, ja, ist okay. Kann nicht jeder Erster sein. Und, äh, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich, wie gesagt, sehr über einen Daumen hoch freuen. Wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, habt alle noch einen schönen Tag. Und tschüss! Bis zum nächsten Mal.